herzlich willkommen meine lieben freunde zu einer neuen spc auf meinem kanal und heute ist es hier diese bonus spc von der zweiten woche die relativ wieder günstig ist und einfach ihr seht hier was braucht man hier man braucht hier einen erde devise und einen pro league spieler ich habe das hier einfach die beiden genommen ihr seht auch ich habe hier sehr sehr viele erstbesitzer aber ihr könnt das genauso übernehmen ihr seht ich habe zwei erstbesitzer das heißt wenn ihr das komplett so macht wie ich das hier gemacht hat kommt ihr auf eine 91 chemie man braucht nur eine 90er chemie deswegen geht das auf jeden fall klar so also die zwei müsst ihr euch auf jeden fall auch holen dass er das so machen könnt wie ich hier also den hier und den hier die sind jeweils von den entsprechenden liegen er her von der belgischen und er hier von der niederländischen und dann habe ich einfach hier komplett französische zweite liga genommen da ist eigentlich egal welchen spieler die müssen einfach nur silber sein und aus der zweiten liga von frankreich und franzose sein das ist eigentlich das was ihr beachten müsst ich gehe jetzt trotzdem noch mal alle durch dass ihr seht welche spieler ich benutze die mei also die wie gesagt die meistens sind erstbesitzer oder so 150 oder 200 haben die gekostet ihr seht die sind auf jeden fall nicht teuer das senden wir auf jeden fall jetzt ab und dann schauen wir mal was wir dafür bekommen ich werde das ganze natürlich auch noch auf meinen zweiter account öffnen weil deshalb kann man auf jeden fall mitnehmen das kostet jetzt nicht viel 23000 münzen vielleicht ungefähr wenn man es am ende macht ist es sehr sehr billig wir schauen mal was wir dafür bekommen ja nur normalen goldspieler die bringen aber aktuell 550 minimum da werden wir mit gewinn raus gehen bin ich mir relativ sicher allein die hier sind ja schon 2000 ungefähr die silber spieler sind auch nicht schlecht der hier können wir mal noch nachschauen ob der vielleicht für was geht jetzt nicht viel wert belgische liga da kann man natürlich direkt nachschauen ob die was wert sind der ist jetzt nicht viel wert geht aber trotzdem klar damit man kein verlust machen wenn man das alles selbst verkaufen würde den könnte man verkaufen weil das ja auch eine spc ja für den werden wir 700 oder so bekommen oder 800 stellen wir einfach mal rein den rechts speicher ich aber im verein erst mal freuen wenn es euch gefallen hat würde ich mich über den daumen hoch nach oben freuen ciao bis die tage